Die zwei, da sind lustig hier zusammengefallen. Sehen sie mal. Oh, pass auf, dass sie nicht überfahren werden. Also für mich sieht das aus, als ob zwischen den beiden Herren da irgendwas Privates gelaufen ist. Oder der eine ist Gynäkologiker. Das kann natürlich auch sein. Gynäkologiker. Ja, Gynäkologiker. Ja, die Untersuchung verlieb auf jeden Fall dann anscheinend wohl nicht so. Ja, gut. Ich würde sagen, der hat seinen Kopf zu tief in Angelegenheit gesteckt, die ihn nicht so angehen. Das ist ja nicht wohl nur seine Nase gewesen.